Urlaubsfeeling pur und das am Schotterteich, der Schottasyr in Tilmitsch. Das vermittelte Ankerpunkt, ein Baderestaurant der besonderen Art. Die Annehmlichkeiten des Badens und des Sonnens werden hier vom kulinarischen Angebot wunderbar ergänzt. Was gibt es denn alles an Köstlichkeiten bei euch? Bei uns gibt es die bekannten Burger, die Cevapcicis, Hühnerbrüstchen auf Salat, gegrillt, ein Kotelett haben wir. Wunderbare Steaks. Genau, Pfeffersteak haben wir auch, aber wir bieten auch die Steaks mit verschiedenen Senfsoßen an. Ja, und dann haben wir noch die bekannten Kalamari. Kalamari, da gibt es noch einen Spezialisten, den werden wir dann noch kennenlernen, den Chili. Aber ihr habt ja auch Pizzen, gell? Genau, aus dem Steinbackofen. Wie heiß ist der Ofen? Die Oberhitze beträgt circa 300 Grad und die Unterhitze 250. Wie schnell geht das dann, bis die Pizza fertig ist? Muss ich da lang warten? Zirka drei Minuten, dann ist sie fertig. Der Herr der Küche ist Zwonko, den hier alle Jimmy nennen. Der gebürtige Kroate hat das Wissen um die Zubereitung der Fische aus seiner Heimat mitgenommen. Die Spezialität des Hauses sind Kalamari, aber auf steirische Art. Zuerst machen wir auf die Grill, ganz heiß mit Olivenöl, ganz heiß machen, dann kann man vorher zusperren von Hitze und dann bleibt unten ein ganzer Saft und das Beste, was gibt es. Die gegrillten Kalamari gibt der Meister des Fischgrillens dann in eine Soße aus Butter, die er mit Kräutern und steirischem Weißwein verfeinert. Dann werden die Kalamari nochmals in der Pfanne durchgeschwenkt, ehe sie angerichtet werden. Und dann kurz schwenken und dann der ganze Saft kommt nach unten, hier überall und dann ist der Geschmack perfekt. Wo hast du das gelernt? Ja, ich koche schon 35 Jahre. Ich bin Kroate, bei uns Fisch, Kalamari ist es normal. Man fühlt sich ja da wie im Schlaraffenland, also unglaublich. Es gibt so eine Vielzahl zu essen, aber da gibt es was zu trinken ja wahrscheinlich. Ausgezeichnet es sogar und zwar einen spritzigen Rosé-Wein vom Weingott Hake-Gebell. Ja, das ist so zwei Hügel weiter. Genau, genau. Zum Wohle. Sehr zum Wohl.